RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station Hausen. Nächste Station Hausen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Glenz. Nächste Station. Glenz. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Abenden. Nächste Station. Abenden. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Niedegen Brück. Nächste Station. Niedegen Brück. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Zerkall. Nächste Station. Zerkall. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Obermaubach. Nächste Station. Obermaubach. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Nächste Station. Unter Maubach-Schlagstein. Nächste Station. Unter Maubach-Schlagstein. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Uedingen. Nächste Station. Uedingen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Eifelstraße. Nächste Station. Eifelstraße. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Kreuzau. Nächste Station. Kreuzau. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Tuchmühle. Nächste Station. Tuchmühle. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Nächste Station. Renker Straße Krankenhaus. Nächste Station. Renker Straße Krankenhaus. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Lendersdorf. Nächste Station. Lendersdorf. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Kuhbrücke. Nächste Station. Kuhbrücke. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Nächste Station. Anerkarnis-Platz. Nächste Station. Anerkarnis-Platz. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Dürren Bahnhof. Nächste Station. Dürren Bahnhof. Nächste Station. Dürren Bahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zum Regionalverkehr Richtung Köln und Aachen sowie zur S-Bahn und zum lokalen Busverkehr. Der Zug hat sein Fahrtziel erreicht und endet hier. Bitte aussteigen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 21 nach Linich. Nächste Station im Großen Tal. Nächste Station im Großen Tal. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 21 nach Linich. Nächste Station. Huchem-Stammeln. Nächste Station. Huchem-Stammeln. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Linich. Nächste Station. Seelhausen. Nächste Station. Seelhausen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 21 nach Linich. Nächste Station. Nächste Station. Nächste Station. Nächste Station. Krauthausen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 21 nach Linich. Nächste Station. Nächste Station. Selgersdorf. Nächste Station. Selgersdorf. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunsch-Taste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Linnig. Nächste Station Jülich Forschungszentrum. Nächste Station Jülich Forschungszentrum. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunschtaste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Linnig. Nächste Station Jülich. Nächste Station Jülich. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RB 21 nach Linnig. Nächste Station Jülich Nord. Nächste Station Jülich Nord. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunschtaste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 21 nach Linnig. Nächste Station an den Aspen. Nächste Station an den Aspen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 21 nach Linnig. Nächste Station Bruch. Nächste Station Bruch. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunschtaste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 21 nach Linnig. Nächste Station Tetz. Nächste Station Tetz. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Bedarfshalt zum Aussteigen bitte Haltewunschtaste betätigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. RB 21 nach Linnig. Nächste Station Linnig. Nächste Station Linnig. Der Zug hat sein Fahrtziel erreicht und endet hier. Bitte aussteigen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Award 2012 nächste Station Linnig. halfá Musk- und Basketker. Ausstieg in Fahrt. Ausstieg in Fahrt45 runterentămir.